So, moinsen Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Super Smash Bros. 4WiiU. Dieses Video ist ein Special Video, denn in diesem Video möchte ich euch ein kurzes Tutorial zeigen und zwar zu der berühmten Ken-Kombo. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal gehört hat. Auf jeden Fall stellt ihr euch bestimmt die Frage, was diese Ken-Kombo ist und wer überhaupt diese Person da ist im Thumbnail, die ich da hinzugefügt habe. Also als erstes, wer ist Ken und was ist die Ken-Kombo überhaupt? Also es ist so, der Mensch, den ihr im Thumbnail von mir sehen könnt, das ist nämlich dieser Ken. Seit Super Smash Bros. Melee ist Marth als Kämpfer verfügbar und seitdem spielt dieser Ken mit Marth. Das ist der Lieblingskämpfer von ihm, denn Ken ist ein sehr leidenschaftlicher und professioneller Smash Bros. Kämpfer. Er hat auch schon einige Turniere gewonnen und sehr viel Erfahrung in Smash Kämpfen. Und unter anderem hat er diese Kombo, die ich euch in diesem Video zeigen möchte, erfunden. Noch nie jemand anderes hat so eine Kombo mit Marth geschafft. Ja, und schauen wir sie uns doch mal gemeinsam an. Ich möchte euch zeigen, wie sie überhaupt geht. Es sieht jetzt einfacher aus, als es überhaupt ist. Also ich probiere es mal. Warte nochmal. Genau, jetzt habt ihr es gesehen. Das ist die sogenannte Ken-Kombo. Die kann man nur mit Marth ausführen. Und ja, dieser Name, der soll halt an diesen Ken angelehnt sein, der diese Kombo überhaupt erfunden hat. Also, was ihr als erstes machen müsst ist, also ich empfehle euch ins Training zu gehen und mit einem Computerspieler zu trainieren. Was ihr als erstes machen müsst, am besten ihr stellt den Schaden auf 40% ungefähr. Dann nehmt ihr Anlauf und dann führt ihr ganz schnell hintereinander drei verschiedene Attacken mit Marth aus. Die wären einmal nach oben, also A-Angriff nach oben, dann A-Angriff rechts zur Seite und dann den Meteor Smash mit Marth. Also den A-Angriff nach unten, also ich zeig's euch mal. In der Luft als erstes den hier, dann nach rechts, also man sagt up, dann right und dann down. Ne, die drei Attacken. Bloß, es ist etwas schwieriger als gedacht, denn bei der ersten Attacke, bei dem, hier, bei dem Uppercut, den müsst ihr ausführen, kurz bevor ihr den Boden berührt mit Marth. Das sieht denn so aus. Habt ihr gesehen? Ich zeig's euch nochmal. Und am besten, wenn ihr die Kombo verkackt habt, dann könnt ihr einfach hier auf Neustart drücken, denn resettet sich alles. So, ich mach's nochmal. Die erste Attacke ist der Uppercut nach oben. Den müsst ihr ganz schnell, so schnell wie möglich ausführen, bevor ihr mit Marth auf dem Boden seid. Ich zeig's euch nochmal so trocken, ohne den Käpt'n Falken da. So, und jetzt mach ich's nochmal mit Käpt'n Falken. Perfekt. Ja, das war die allererste Attacke. Also nochmal, ihr müsst, kurz bevor ihr den Boden berührt, wie ihr hier sehen könnt, die den Uppercut machen mit Marth. Nur dann könnt ihr diese unglaubliche Kombo einleiten. Denn es ist so, bei der Ken-Kombo, da kann sich der Gegner kaum mehr bewegen und sich aus der Kombo befreien. Also, wenn diese Kombo stattfindet, dann ist das eigentlich ein sicherer Tod für den Gegner. Gut. Dann, als zweite Attacke, nachdem ihr den Uppercut erfolgreich ausgeführt habt, kommt die A-Attacke nach rechts. Die ist schon etwas einfacher, aber die muss auch so schnell wie möglich ausgeführt werden. Also erst Uppercut und jetzt kommt der Angriff nach rechts. Ich denke, da muss ich nicht viel erklären, das ist klar. Nur halt so schnell wie es geht ausführen. Nur mal kurz springen und dann... Also, kurz... Also, ich meine, die ganzen Attacken, die müssen alle so schnell wie möglich ausgeführt werden. Also direkt nach dem Uppercut müsst ihr hochspringen. Und während ihr hochspringt, müsst ihr dann sofort den nächsten Angriff ansetzen. Und zwar den Angriff nach rechts in der Luft. So schnell muss das gehen. Gut. Und der letzte der drei Angriffe, der ist am schwierigsten. Mit dieser Attacke beendet ihr die Ken-Kombo. Und zwar ist das der sogenannte Meteor-Smash von Marv. Den Angriff nach unten in die Schlucht. Da spielt die Spitze des Schwertes von Marv eine ganz große Rolle. Denn es ist so, bei der unteren Attacke von Marv, die erzeugt nur dann einen Meteor-Smash, wenn der Gegner mit der Spitze von Marvs Schwert getroffen wird. Nur dann gibt es einen Meteor-Smash-Effekt. Also es kann auch sein, wenn ihr mit der Spitze des Schwertes nicht trifft, dass die Kombo dann versaut ist. Okay gut, eigentlich wollte ich die Kombo jetzt versauen. Jetzt habe ich sie aus Versehen richtig gemacht. Naja, wie dem auch sei. Ich mache es jetzt einfach mal anders. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr nicht mit der Spitze des Schwertes trifft. Ach komm, ey. Das gibt es doch jetzt nicht. Genau, dann passiert das. Dann fliegt der Gegner einfach irgendwo hin. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja den Gegner mit der Spitze des Schwertes treffen. So, aber bei der Attacke müsst ihr auch die Sprunggeschwindigkeit von Marv mit dazu nehmen. Also er darf sich weder zu langsam noch zu schnell in der Luft fortbewegen. Das war jetzt gerade perfekt. Also, wenn ihr die zweite Attacke, also den Angriff nach rechts gemacht habt, dann springt ihr kurz dem Gegner hinterher und verpasst ihn dann diesen Schwertieb nach unten. Ja, und das war es eigentlich auch. Es gibt noch einen Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Die Kombo kann auch schon bei der ersten Attacke fehlschlagen, denn es passiert mir auch manchmal aus Versehen, dass die Spitze des Schwertes von Marv den Gegner bei der ersten Attacke, also bei dem Uppercut, schon trifft. Da habt ihr gesehen, jetzt hat der Gegner viel mehr Prozente erlitten, als es eigentlich nötig ist. Und das bedeutet, dass ich ihn gerade mit der Spitze des Schwertes getroffen habe. Ja, und sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu beachten. Ich schreibe euch mal noch eine genauere Kombination in die Videobeschreibung, damit ihr dort nochmal die genaueren Umstände der Ken-Kombo nachlesen könnt. Also, Uppercut, Luftattacke nach rechts und dann nach unten mit der Spitze des Schwertes. So, und dabei spielt natürlich bei der Ken-Kombo auch die Prozente des Gegners eine Rolle. Was ich euch empfehlen kann, ist, ihr startet auf jeden Fall die Kombo, wenn der Gegner sich kurz vor Ende der Stage befindet. Also so da, wo Captain Falcon jetzt ungefähr steht, da könnt ihr dann mit der Kombo loslegen. Aber da es nur ein CPU ist, ist es natürlich voll leicht, die Kombo auszuführen. Bei menschlichen Spielern sieht das wahrscheinlich noch etwas anders aus. Aber probiert es einfach mal online auch mal aus. Ja, denn ich empfehle euch, den Gegner mit dieser Kombo erst anzugreifen im 30-50%-Tigen Raum. Also so, ja, ab 30% bis maximal 50%. Ab über 50% ist denn die Kombo nicht mehr möglich. Dann kann man halt nochmal, ja, ein paar normale Schwerthebe mit nachsetzen. Zeige ich euch mal. Ich mache jetzt mal 55%. So. Seht ihr, und da ist die Kombo denn schon nicht mehr möglich. Also, fürs Training sind am besten 40% geeignet, aber die Kombo, die klappt von 30% bis 50% in diesem Raum. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses kurze Tutorial-Video gefallen hat. Gebt ein Like, wenn ihr diese Kombo sehr nützlich findet. Also, ich finde sie richtig geil, vor allem weil Marv ist auch einer meiner Mains, mit dem ich noch viel zu lernen habe. Also, das war noch nicht alles, was ich mit ihm drauf habe, zum heutigen Zeitpunkt. Also, ich werde diese Ken-Kombo auf jeden Fall noch etwas öfter üben und sie dann gegen meine Freunde oder Online einsetzen, damit ich die Spieler schon trollen kann. Ja, also aus der Kombo kann man sich denn gar nicht mehr befreien. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Kniff, den ich jetzt aber gerade nicht weiß, wie man als Gegner aus dieser Kombo flüchten kann. Naja, auf jeden Fall schreibe ich euch noch genaueres zu der Kombo in die Videobeschreibung. Schaut euch auch da mal um. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal bei einem weiteren Video wieder. Also Leute, bis dann und ciao. Wow.